Frau Doktor, als Geheimnis meiner Existenz, ist es ein Geheimnis, das ich nicht weiter sagen darf. Soll ich es Ihnen verraten? Ich frag mich, wie ein Mensch den Donnerstag stehlen kann. Hier fehlt die Donnerstagsunterhose. Hier ist die Montagsunterhose. Verdammter Dieb! Was hatte sie getan, dass sie ständig so erschöpft war? Kein Mitgefühl, kein Schuldgefühl. Ich hab nicht genug Energie. Es lag daran, dass sie nichts aß. Die jetzige Wiederaufladungsmethode hat ihre Grenzen. Ein Reis-Pegatron, der Reiskalorien in elektrische Energie umwandelt. Psycho. Ich bin kein Psycho. Ich bin ein Cyborg. Ups, jetzt hab ich's gesagt. Ich war damit. Ich bin kein Psycho. Ich bin kein Psycho. Untertitelung des ZDF, 2020